Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge Blickmeser. So, wir sind hier stehen geblieben. So, mal sagen, wir gehen genau jetzt. Zack. So, jetzt haben wir Auswahl zu den Portalen. Zwei, drei, drei, eins. So, ich geh mal das mal eins. So, ein bisschen nachteilig ist, okay, grün können wir nicht durch, aber letztes Mal festgestellt. Ein bisschen nachteilig ist, ich nehme jetzt relativ früh morgens auf und ich bin müde. Das heißt, vielleicht bin ich geistlich nicht so zurechnungsfähig wie sonst, obwohl ich sonst auch relativ unzurechnungsfähig bin. Ah, naja. Ich hätte jetzt erwartet, dass irgendwo Dreamman mich so anguckt und sagt, haha, ist da wieder ein Blue Screen? Nein, da läuft das Betriebssystem einwandfrei. Ah, gut. Gut, 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 gut. Geh mal hier rein. Okay, das hat sich gelohnt. Eins hat sich sehr gelohnt. Machen wir mal zwei. Oh, zwei lohnt sich. Okay. Oh, oh. Wie ein Gummiball. Loll? Das ist nicht wahr. Loll. Das ist bei Half-Life 1, beziehungsweise bei Half-Life 1 Source ging das. Man konnte auf diesen bewegenden Teilen abspeichern und problemlos wieder da einsteigen. Aber anscheinend den Black Mesa. Ich darf nicht da auf diesen Geräten abspeichern. Also immer schon merken, welcher hingeht. Soll ich erstmal drauf achten? Bringt da... Na, das bringt mich... Ah, doch, das bringt mich doch um. Okay. Äh, erstmal drauf achten. So, war jetzt mal eins fast... Ne, ne, eins... Hab ich nur... Hallo. Guten Tag. So. Eins war ja nur hier einmal durchrennen und mehr nicht, ne. Also ich konnte ja nichts sehen, nichts machen, nichts tun. Gut, dann speichere ich mal ab. Dann gehe ich rein. Zwei war oben. Dann war ich schneller nicht direkt nach oben. Dann gucke ich mal, was drei ist. Okay. Das ist so. Da haben wir ein bisschen Munition. Oh, das hat sich richtig gelohnt. Oh, ich habe so viel Munition dafür. Und ich muss mir merken... So. Das habe ich mal hinzugetan. Ein Workshop-Dingens. Sieht schöner aus als die Originalverpackung. So. Boah. Ich lade mir erstmal voll nach. Das nütze ich mir auch machen. So, die Teile können wir nicht nachladen. Gut. Ich müsste mal die Waffen verwenden, weil hier... Warte, kann ich auch Gegenstände mitnehmen? Oh. Die Frage ist, kann ich auch Gegenstände mitnehmen? Dann kann ich das einfach schon mal rüberwerfen, weil da werde ich bestimmt häufiger kommen. Das ist jetzt mitgeflogen. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen. Komm. Nee, es geht dahinter. Schade, die Gegenstände können wir nicht mit. Okay. Dann gehen wir hier drauf und gehen wir auf Zweite. Nein, nicht schon. Hier abspeichern. Hier abspeichern. Aua. Okay. Mal beobachten. Nein. Sollten lieber nach oben gucken anstatt nach unten. Äh. VP. Nummer 6. Gucken, was ist Nummer 6. Okay. Und 6 ist böse. Nummer 2. Hohohoho. Machen wir Nummer 4. Äh. Okay, Nummer 4 ist gut, aber man muss darauf achten, ob da oben das Ding jetzt ist. Okay, 6 ist böse, haben wir festgestellt. Nummer 4 ist gut. Aber wir versuchen... Ja. Okay. Das ist schon mal guter Einstiegspunkt. So, Nummer 4 ist Ding, jetzt weiß Nummer 5. Oh. Ich hab keine Pizza für dich, ist immer leid. Okay. Ach, da bin ich vorhin runtergefallen, ne? Habt ihr mich gesehen? Der müsste jetzt mich... Ah. Das kenne ich doch auch hier. Weil ich doch bestimmt auch irgendwie... Hallo, guten Tag. Die Tür ist hin. Ganz viele Energie und so. Muss ich mir merken. Ich glaube, das war Nummer 4, ne? Oder? Ne, ne. Nummer 4 war das andere. Nummer 5 war das. Nummer 4 konnte man hoch. So, jetzt gehen wir da hin. 2. Gucken wir natürlich, ja. 6 war böse. Genau, 4 müssen wir. 5 war, äh, hier der Raum. Okay. Okay. Gucken wir mal. Und... Jetzt, äh... Na! Autsch! Autsch. Äh, 4, ne? Tipp. Wap! Okay. 7. 7. Warte mal. Oh. Interessant. Waaa! Gut. Hab ich jetzt extra gemacht. Ich... Leih, hat er da abgespeichert. Der Dämmel. Ja, 7. Aber ich würde gerne herausfinden, was zum Beispiel die 8 ist. Ja. Du lobe. Okay, 8 ist da. Dann komme ich ganz hier runter. Okay. Da brauche ich da nicht hin. Leute halt immer gerne wissen, wohin, ne? Dann kann ich auf 7 durchgehen. Oh, das ist... Boah, wie schnell bist du? Okay, ich muss genau... Waa! Waa! Voll job und wann hier? Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Ah, ich kann hier so durchlaufen. Okay. Da kam ich her. Uh. Boah, es geht auf. Okay, es ist, glaube ich, Generator oder sowas. Ich habe es gerade ausgeschaltet. Lalalala. Hm? Lalalala. Lalalala. Was habe ich jetzt auch ausgeschaltet? Ach, scheiße. Wo ist das mein Tod? Nein, ich will nicht sterben. Doch, ich muss sterben. Ich sage ja, Müdigkeit und so, ne? Äh, was? Habe ich nicht abgeschweichert? Ich habe doch abgeschweichert. Wollt ihr mich verarschen? Ja, verdammt. Ein Dämmel, ein Dämmel, Dämmel, Dämmel. Einmal hier so drunter komme, bin ich... In Eimer bin ich dann. So, jetzt kann ich abspeichern. Da habe ich nicht so eine lange Wartezeit. Abspeichern. Abspeichern. So, jetzt passiert was. Es macht Alarm. Da geht das Portal hier auf. Das ist überall gleich. Da ist es zu. Das ist aber auch auf. Soll ich einfach reinlaufen? Ah, ich bin auf einer anderen Ebene. Okay, ich habe gerade gedacht, ich bin jetzt wieder zurückgesetzt worden. Ja, meine. Haha, Pech gehabt. Du warst ja auf der falschen Seite. Musst auf der anderen gehen. Okay. Da kann ich weiter durch. Okay, sieben war ich ja schon. Gut. Gehen wir hier weiter. War das ein Zeichen? Soll es heißen, ich soll hier einen Cut machen und erst in der nächsten Aufnahme weitergehen? In der nächsten Folge? Ich glaube schon, ne? Sonst wäre es nicht zugegangen, ne? Naja, wir bewundern hier den Blue Screen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.